Die Gabe des Lächelns. Ein Lächeln kostet nichts, trägt aber reiche Früchte. Es bereichert jene, die es halten, ohne diejenigen Ärmel zu machen, die es geben. Es dauert nur ein Augenblick, aber die Erinnerung daran ist manchmal ewig. Niemand ist reich genug, um es nicht anzunehmen. Niemand ist zu arm, um es nicht zu verdienen. Es bringt Glück im eigenen Heim, unterstützt die Geschäfte und ist seine Freundschaft. Das Lächeln gibt Erholung der Menschheit. Es gibt Mut, die Bemutigen. Man kann es weder kaufen, leiden, noch schälen, denn es hat keinen Wert. All die Momente, wo es geben wird. Und es ist ein Interesse, der zum Lächeln nicht mehr fähig ist. Wenn niemand hat ein Lächeln nicht mehr als derjenige, der kein Mensch mehr für die anderen üben kann.